Hier präsentieren wir die 5 beste Elektrokamine Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginne unsere Liste unter Nummer 5. Däuber 103.240 Elektrokamin Der Däuber 103.240 Elektrokamin ist ein günstiger Elektrokamin, der trotzdem vor allem mit seinem tollen nostalgischen Desichen für romantische Stimmung im Wohnzimmer sorgt. Aufgrund seiner Größe ist er besonders gut für kleine Wohnungen geeignet. Der Däuber 103.240 Elektrokamin verwendet zur Erzeugung seines Flammenspiels eine LED-Technik. Bei dieser Technologie wird durch rotierende Spiegel und geschickt platzierte Lampen die Illusion eines Feuers erzeugt. Punkt bei Nummer 4. Klarstein Lausanne Elektrokamin Wenn du noch einen edlen Hingucker für dein Wohnzimmer suchst, solltest du dir den Klarstein Lausanne Elektrokamin mal genauer anschauen. Mit einem authentischen Flammenspiel kann der Elektrokamin außerdem zur Gemütlichkeit beitragen. Welche Technologie der Klarstein Lausanne Elektrokamin genau verwendet, wird vom Hersteller nicht erklärt. Aufgrund der verbauten LEDs und der dunklen Rückwand, kann man allerdings davon ausgehen, dass es sich um eine Art der LED-Technologie handelt. Punkt für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Classic Fire Elektrokamin Der Classic Fire 38000 Plus 5473 Elektrokamin ist ein Hingucker in jedem Raum. Durch seine antike Optik und sein patentiertes LED-Feuer-Simulationssystem wirkt dein Wohnzimmer direkt viel gemütlicher. Der Classic Fire 38000 Plus 5473 Elektrokamin erzeugt sein Flammenspiel mit einem eigens patentierten LED-Feuer-Simulationssystem. Durch eine geschickt eingesetzte Kombination aus Spiegeln und LEDs entsteht die Illusion eines realistischen Feuers. Punkt kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Epnodic Deluxe Elektrokamin Der Epnodic Deluxe Elektrokamin ist ein hochwertiger Deko-Kamin im nordischen Stil. Durch eine patentierte LED-Flammentechnologie bringt der Kamin mit seinem realistischen Flammenspiel gemütlichkeit in jedes Wohnzimmer. Der Epnodic Deluxe Elektrokamin nutzt eine LED-Technik zur Erzeugung seines Flammenspiels. Genauer gesagt handelt es sich um die patentierte Opti-Flammentechnologie. Der Focus liegt bei dieser Technologie auf rotierenden Spiegelelementen und geschickt platzierten Lampen. Und kommen in eins unserer Liste. Klarstein-Gammonix Elektrokamin Der Klarstein-Gammonix Elektrokamin ist besonders für größere Räume ein Blickfang. Durch sein edles Aussehen, dem Zeitlosen der sichen und seinem realistischen Flammenspiel kann der Deko-Kamin sehr zur Gemütlichkeit beitragen. Im folgenden Artikel erfährst du, wie der Klarstein-Gammonix Elektrokamin von unserer Redaktion bewertet wurde. Weiterhin haben wir die Rezensionen der Käufer im Internet für dich zusammengefasst und aufbereitet, damit du dir schnell einen Überblick über die nennenswertesten Stärken und Schwächen des Gerätes verschaffen. Punkt für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video für mehr Aktualisierung abonniere unseren Kanal.